Wir haben Herdenimmunität, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Aber wann ist das so weit? Ich bin der festen Überzeugung, also nach meiner Meinung wird das also vor der Sommerpause sein, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Ich hoffe sogar, es schneller geht, weil halt auch Produktionskapazitäten erhöht werden. BioNTech hat in Marburg eine neue Produktionsanlage eröffnet. Das, was also Herr Lindner fordert, das ist alles schon auf den Weg gebracht. Die Zahlen heute zeigen, dass also die Impfbereitschaft in den Pflegeeinrichtungen und auch vom Pflegepersonal, von den Pflegebedürftigen enorm hoch ist. 90 Prozent, 70 Prozent. Und deshalb glaube ich, dass wir auf der einen Seite von der Logistik her, von der Produktion her zügig vorankommen und von der Impfbereitschaft her auch.